Ja, geil. Vorsichtig, Gordon. Jetzt mit Anlauf. Hüpp! Nein, spring! Jetzt da rüber. Darüber. Immer schön auf den Stein laufen, Gordon. Ja, da außen rum oder was? Ja, das sieht fast gut aus. Jetzt sieht es gut aus. Oh, 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 oh! Nein! Scheiße! Jetzt nicht mehr! Hilfe! Ja, weiß ich schon. Danke. Ups! Ähm, ja. Es kommt davon, wenn man die falsche Taste drückt. Gut. Du siehst aber nicht mehr gesund aus, Kumpel. W- 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 Muss ja jetzt da lang. Da hochkomme ich nicht, oder? Nö, warum auch? So Gordon, jetzt musst du balancieren. Kannst du das? Nö, wahrscheinlich nicht. Und noch einmal. Hier! Oh Gott. Oh Gott. Ah ja, das hat ja gut funktioniert. Besser als ich dachte. Da ist ein... ein nettes Häuschen. Und sonst nichts besonderes. Toll. Die ist weg. Ja, da komme ich nicht mehr hoch. Toll. Ja, da rüber. Wo ist ich denn lang? Kann ich nicht gebrauchen. Ich weiße, bei der kleinsten Berührung machen die Viecher hier schon randale. Die spinne doch. Da rüber? Sieht fast so aus, ne? HALT! Nicht so weit! Nicht so weit! Ich will jetzt nicht die ganze Zeit Zeug hin und her schieben. Ah, na toll! Ach, die können Party ertrinken im Wasser. Ist ja schön. Na, kommt mal alle her. Jo. Fein macht ihr das. Wunderbar. Tipptopp. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir nicht so gut. Halt die Klappe! Oha. Die sind gar... Die sind gar nicht mal ganz so böd. Die hätten mir auch mein Auto geben können. Ja! Mann ey! Mann ey! So... Ist jetzt hier... Warte mal Ruhe oder was? So... Wo jetzt? Oh, hier ist noch mehr. Und nichts. Ach, und das interessiert die nicht, oder was? Da scheint wieder so ein Stampfer zu sein. Das ist jetzt die Frage, ob er an ist. Ey, der Gordon und Kisten. Der ist einfach zu blöd dafür. Er kann es einfach nicht. Ey, also manchmal, ne? Ach, wahrscheinlich nutzt es sich gar nicht. Ja, ist das jetzt ne dumme Idee, da rüber zu laufen? Ich probier's einfach. In drei, zwei, eins. Ich komm doch nicht mal hier im Berg hoch. Toll. Krasse. Boah, alter. Hilfe! Hilfe! Boah, wer erfindet so müde Viecher? Mann, wer denkt sich denn so weit aus? HALT DIE SCHNAUZE! Ich muss lästern. Jung, 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 jung. So. Aber wenigstens sind wir weitergekommen. Da liegen noch Kisten. Oder eine Kiste zumindest. Da liegt auch noch eine. Zwei sogar. Sehe ich jetzt erst. Komm mal her. Hab ich nicht gebraucht. Toll. Ich geh einfach weiter. Ist mir jetzt egal. Hier über die Leute drüber laufen. Scheint zu funktionieren. Oder einfach wieder Gas. Gas machen. Äh. Alles klar. Gas. Ach Gott, der lauft noch jetzt. Ja, wenn der zu blöd ist zum Laufen. Wo muss ich hin? Oh, da schießt jemand. Oh. Hilft der mir? Oh. 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 Na Gott sei Dank. Du hättest ja auch mal früher kommen können. Ja. Idiot. Dr. Freeman, beachte unsere Ernte der aromatischen Ferro-Kapseln des Mermidons. Der Vorgang ist leicht unhygienisch. Bleibe er auf Distanz. Dr. Freeman kann diese Kapseln in Zukunft sicher gut gebrauchen. Sammle er sie. Dr. Freeman muss folgen. Ja, mach ich, wenn du läufst. Ich gehe schneller als du. Wohin gehen wir. Wohin gehen wir? Achso, da hin. Alles klar. Guten Tag. Ich schwöre auf die Ferro-Kapseln. Hä? Hä? Wo ist er hin? Er ist weg. Hallo? Ah, da ist er. Wie fühlt man sich als Ameisenlöwe? Ja, super. Tip-top. Dr. Freeman muss verzeihen. Es ist unhöflich vor solchen ohne Vortalsinne in Fluxverstiebung zu kommunizieren. Ja. Wir werden aus Höflichkeit die Tonsprache nutzen. Es sei denn, wir möchten wenig Schmeichelhaftes sagen. So ist's. Ja. Rekord. Was habe ich gemacht? Als zu drücken kann ich das Ding schon mal. Das ist bestimmt irgendwas gegen die Ameisen. Hallo. Oh. Ich gehe mal zu dir. Hallo. Oh. Nicht so schnell. Ach du bist ja wach. Hier. Batz. Riech erstmal dran. Wir müssen mal hören. Interessiert dich nicht. Alles klar. Bist du auch wach? Tatsache. Hm. Was muss ich denn jetzt machen? Kommt da hochgehen. Kommt da hochgehen. Auf geht's, Dr. Freeman. Nova Prospect liegt da vorn. Einer allein hat da drin keine Chance. Aber ein Mann mit einem Rudel Ameisenlöwen, das ist was anderes. Alles klar. Dr. Dr. Freeman ehrt uns durch seinen Besuch. Folg, Dr. Freeman. Oh Mann. Du brauchst mir nicht so lang. Dr. Freeman ehrt uns durch seinen Besuch. Dr. Freeman. Bist du dir das? Und da? Fertig. Deine muss ich damit sein. Dr. Freeman. Bist du dir das? Und da? Oh Mann. He he, geil. Geil. Ja, greif an. Ja, und jetzt? Lass mal hinterher gehen. Aufgemerkt. Drücke er auf die Ferro-Kapsel. Dann folgen die Ameisenlögen ihm. Dr. Freeman gewalt sein Können in allem. Ja. Jetzt muss dieser hier vor Dr. Freeman gehen. Nova Prospect ist nicht weit. Erinnere er sich gut an das hier gelangte. E-Leiger Ernst vertraut ihm sehr. Alles klar. Vielen Dank Kumpel. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Kommt her Kollegen. Na, hat er da drin? Ja, das ist ja toll. Dass man die jetzt beherrschen. Diese Ameisen. Na, wollt ihr spielen? Los, schneller! Hallo. Noch ein Kumpel gefunden. Guten Tag. So. Das hier mache ich jetzt mal aus. Hier auf der... Nee. Du musst hoch, oder was? Ja, ich muss hoch. Ja, das mögen die nicht. Alles klar. Ich mache es ja schon aus. Wartet da hinten. Boah, jetzt steht hier natürlich alle zwei Meter so ein Teil. Warnstufe Rot. Ihre Meter Respektoren deaktiviert. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das ist voll praktisch mit den... Mit den Ameisen. Das ist mega geil. Wer redet denn da? No? Hä? Hallo? Keine Ahnung. Ah, der Schreck. Oh! 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 Und... Greift ihn an! Groß! Schnell! Ach. Ist da jetzt wieder einer? Kann doch nicht wahr sein! Mann, Mann, Mann! Oh! Position! Gönn dir, Junge, gönn dir! Na? Kann ich auf euch... ...reiten? Nö, offenbar nicht. Toll. Egal. Lass mich mal bitte durch. Danke. Was willst du da hoch? Ich bin schon weg, ich weiß. Oh! Dööööööööööööööööö. Okay, das war jetzt doof. Das hat er ja geschafft. Kann ich das nicht einfach mal so? Ich glaub das war blöd. Alter! Ja! Okay. Hier muss ich selber... ...n bisschen schießen. Ach! Du stirbst doch! Boah, voll schwer. Ich bin gleich schon wieder tot. Oh! Oh! Oh, Alter! Aber ja, da war der hier so... Mann! Ich verwechsel das immer! So! Der ist down! Okay, die dahinten müssen zuerst weg, das geht nicht anders.